Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir müssen jetzt Bruchtal, wie es scheint zu verteidigen, oder ein Vorposten von Bruchtal, denn es scheint so, als ob uns die Orks verfolgt haben, nachdem wir Frodo gerettet haben. Also, ich würde nicht sagen, lasst uns nicht langschnacken, los geht's. Wir haben noch viel zu tun. Oh, es hängt ein bisschen. Ein vorträglicher Bauplatz. Wo sollen wir bauen? Ist das da schon eine Baraktere? Das ist schon eine Baraktere. Baut dieses Land auf. Rufen der Gleisman. Verteidigen uns hier immer noch gegen die Mächte des Bösens. Hier ist ein Troll, aber wir haben nur diesen einen Übergang, wie scheint. Also, wir müssen jetzt sozusagen die Positionen auch halten. Oh Gott, jetzt hätte ich das ganze Geld dafür rausgeschmissen. Das war nicht so schlauste. Alter, die hauen raus. Bogenschützen. Die haben nicht die Geschössen die ganze Zeit, wollte ich mich verarschen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Großen, großen Fehler. Ich habe das Geld für Rüstung meiner Haupteinheiten ausgegeben, die jetzt eh dann down sind. Und nee, rette dich mal, rette dich mal kurz. Hallo, da hinten. Angreifen, Jungs. Alter, die sind Deppen. Wir ziehen uns ein paar Schritte zurück. Ein bisschen zurückziehen. So, dass sich vielleicht die Divisionen noch ein bisschen herheilen. There's always hope, my friends. Hoffe ich für dich. Wenn du die vierst, dann haben wir ein Problem. Je mehr du die vierst, desto mehr fehlen sich die Einheiten nämlich auch. So. So. Nein. Kennt nur, haltet sich die Divisionen gestorben. Scheiße. Die können sich noch. Die sollen einfach zur Festung mit jetzt exportiert werden. Alter, bauen kannst du ja auch nirgends wirklich. Die müssen jetzt einfach schneller sein als die Division. So schaut's aus. was geht hier vor sich. Ach nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, hätte taktischer vorgehen sollen. Hups. Erstens anders vorgehen. Erst unten viel mehr investieren in Einheiten. Aber unten viel mehr Divisionen. Vielleicht auch mehr Sperrkämpfe. Oder vielleicht einmal Uplevelen. Skip. More. Continue. Load. Save gewonnen. Wieso war's eigentlich klar, dass ich wieder versagt bei sowas? Warum war's klar, dass ich wieder die, die Kampfe, ich schaff gegen Putz, aber bei die Mission bin ich zu doof. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Am abläufigen des Tal. Euch ziehen wir mal komplett zurück. Diesmal leveln wir die nicht auf, weil das bringt sich um nix. Diesmal. Von Anfang schon, dass wir viel Gäfte haben. Dann können wir noch mal einen Archer ausbauen. Wie kostet denn sowas? 300 Euro. Jetzt kommen noch mehr Orks. Sperrkämpfung. Sperrkämpfung. Jetzt suchen wir schon, dass wir uns so gut wie möglich verteidigen. So. Noch eine Division schnell nach unten. 200 Kosten, die sind billiger. Ich hätte gerne, aber zwei Divisionen davon auf einen Schlag. Wenn das irgendwie möglich wäre. Lass dich die Bogenfüße mal regeln. Hier bleibt mal hinten. Bleibt ihr hinten. Geht's zurück? Schauen wir mal, dass wir so viele Heilteile auch wie möglich haben. Bogen schützen. Bogen schützen werden sehr praktisch ganz viele. Ich finde, die sind da. Okay. Leute, wir schicken dich auch mal nach oben. Ich bin mir unsichtbar. Ob sie uns merken, ist die Frage. Ich muss ja jetzt schauen, dass wir hinter einer... Zurück. Zurück. Baumaterial Baumaterial ist unterwegs nochmal zurück Ich hoffe dass das jetzt funktioniert Ich bin voll mit Einheiten Jetzt schicken wir alle von da vorne Und zusammen Ich zeig euch den Weg Die Back for our things Was Oh, holy. Ich muss jetzt immer schauen, dass ich die vorrücke, wenn die vorbei sind. Doch da kommen immer so viele Einheiten gleichzeitig. Oh, shit, das haben sie gemerkt. Das haben sie gemerkt. Oder jetzt als schöne Fähigkeit vielleicht mal. Das braunen Wizard. Das kann man garrisoned und shoot arrows. Repair structures. Das ist eine Cache von Ressourcen. Das ist eine Cache. Was? Hä? Wieso? Das wird sie verarschen. Du kannst mich... Das gibt's nicht. Load. Gut. Was hab ich mir jetzt schon wieder falsch gemacht? Hä? Hä? Ich hab gar nie sonniert. Ich hätte mir vielleicht Bogenschützen ausbilden sollen. Mehr Bogenschützen wäre gleich gar nicht doof gewesen, weil die ordentlich reingehauen haben. Sperrkämpfer und Bogenschützen sind die Dinge. Und am Anfang viele, viele Bogenschützen. werden wir schon wieder gebrauchen. Fein Los. So. 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 Und dann, würde ich jetzt mal wursachen. Und dann, da würde ich den Blick machen. Und dann können wir hier in den Tunck fahren. weil der bringt sich jetzt kann ich nur eine bogenschützeeinheit ausbilden geil das ist genauso wie wir es nicht haben wollten wir brauchen wir bogenschützen noch ein bisschen nach hinten ich hätte gerne noch eine bogenschütze in die vision ich habe dass wir dann langsam vorrücken irgendwie holy shit ja sie haben wir mir das hier was sind die tasten ich bringe das baumaterial ich bin so weit wie vorne ihr sollt da runter leute wir haben noch viel zu tun baumaterial ist unterwegs wir haben nicht vergessen wir haben sie zurück wir müssen diese battle ein schritt vorwärts haltet ihr aufhaltet ihr aufhaltet ihr auf ein paar bogenschützen der bogenschütze machen die meisten die meisten der menschen sind sie da oben da jetzt muss ich irgendwie schauen dass ich die runter krieg hatte speichern nur noch einmal kurz speichern einmal kurz speichern save game wir haben uns gut etablished müssen wir nur schauen dass wir es halten können das ist das problem wir kommen ja nicht fast vor ich muss eigentlich immer schritt für schritt vormarschieren das wäre praktisch also solange ich auch zwischen den den heilungspunkten meine meinen kampf halten kann habe ich kein problem damit weil das sind sozusagen für mich meine heimbasis ich halte das jetzt noch mal erst so in ladriss must be preserved you do not stand alone in ladriss must be preserved you are not bound to his fate und dann noch so eine blöde oh ne ganz viel von den heilungspunkten das ist uncool das ist dein das ist jetzt noch mal ein Ton hinsetzen Schauen wir uns, dass wir so weit sind. Schauen wir uns, dass wir so weit sind. Schauen wir uns, dass wir so weit sind. Die sind so brutal. Die nach vorne wieder. Alter, die hauen. Wie lange halten die denn aus? Was? Es kommt keine Division nach Eisgefühl, oder? Das Böse ist über das Land gekommen. Oder vielleicht doch. Ich werde mich innen stellen. Mal heilen. Und jetzt rückt ihr irgendwie gegen. Schaut ihr, dass wir nach da kommen. So. Jetzt schauen wir, dass wir hier noch. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt da? Etwas geht hier vor sich. Das stimmt. Und wir schauen noch, dass sie alle noch hier oben kommt. Defeat the final wave. Ja, okay. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Pfff. Ich bräge den Bauchmomenten. Ich bräge den Bauch fizern. Sie werden uns nie über... Nicht nach da vorne, Jungs. Das ist eine blöde Idee, wenn ihr da ganz vorne seid. Das muss cool werden. Wieder zurückziehen ein bisschen, zurückziehen ein bisschen, zurückziehen ein bisschen. Bogenschutzung hier da bleiben. Ich habe immer Aragon und die beiden hier runter. Oh. Wir haben noch viel zu tun. Aber da hinten die weg. So schnell wie es geht. Das Bröse ist über das Land gekommen. Das Bröse ist über das Land gekommen. Mach die finale Runde fertig. Ach, das ist unangenehm. Ich glaube, diesmal haben wir es dann geschafft. Diesmal haben wir es dann endlich. Können wir nochmal. Scheint so, als ob wir es geschafft hätten. Hier steht die Fenn sofort vor ihnen. Jetzt kommen sie noch mit Rollen. Ey, was? Zurück. In die Reihen. Sperr-Träger nach vorne. Ich werde euch führen. Im Nagel, es muss die Bühne sein. Macht sie fertig. Das müsste jetzt heißen, dass sie es geschafft haben. Oder? Ja. Come on. Das geht doch. Jetzt reiten sie durch, oder was? Ich bin big on. Feel this. Wow. What the fuck? Ach so, das sind die Pferdchen. Die Wasserpferdchen. Bye, bye. Das Schwert schwebt. Schaut durch die Sand. Es schwebt. Boah, das war die längste Folge jetzt von uns. Wow. Die war lang. 26 Minuten, fast eine halbe Stunde. Aber ja, okay. Wir haben es diesmal geschafft. Und da würde ich doch sagen, dass wir beim nächsten Mal genau bei diesen Punkten weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. 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 Ciao.